ist ja so gut so kann man setzen, oder? ja, ich denke schon wenn die 10 kommt, hast du mal 2 oder? 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 ja wie hat schon Lee noch 40 HP, das kannst du mir nicht erzählen das kannst du keinem erzählen dass die olle Schlampe noch 40 HP hat und wir 2 ich mein, vielleicht... mal gucken den ersten bietet Boss hatten wir nach 4 freispielen jetzt im average alle 4 Versuche kommt da mal, ne? Cash haben mal 4, würde ich nehmen ne, ist zu langsam, viel zu langsam auch zu langsam, oder? 10 kommt 10? ah ja, auch gut 10 Limbo was ist der maximale Multi, der oben kommen kann beim Topslot? ich glaube 50 oder 100 das wäre auch 50 oder 100x auf die 10 wäre auch schmackhaft das wäre 1000x ich stehe mal 100 auf Crazy Time yo ich weiß nicht, ob 100 oder 50 also 50 habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen aber 100 weiß ich nicht oh, 16€? ja, 15€, ja ja wir hätten mal mitrechnen müssen das ist jetzt der siebte Versuch oh, Pachinko ne, wieder zu langsam der ganze Bates aber hier verlieren wir jetzt grad nicht so schnell das Money wie in Blackjack eben ja, das stimmt das stimmt Blackjack war schon ehrenlos ein bisschen mehr Crazy Time mal 4 komm, gönn den wir kämpfen sogar wieder gegen Chun-Li aber diesmal sind wir ja macht er noch ne Drehung? macht er noch mal ne Drehung? ne nein ey 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 warum lag das jetzt? gönn Pachinko yo einfach was für ein Scam, alter Scam runnen hat er noch mal ne Drehung? hey hey coinflip? ja nicht mal ne also ich sag dir wir haben es nicht zur richtigen size sind wir hier reingekommen. ja doch doch, mach mal den autoplay aus und mach nochmal jetzt 10 anfangen. in diesen 10 stück kommen mindestens 3 mal ein feature. also als feature beinhalte ich auch 5 mal 10. das ist besser als mancher coinflip. das ist doch fast für ideen du immer kommst, aber ja. also crazy time war zuletzt vor 137 spins. dann mach mal bis 150. also 13 spins maximal. aber guck mal da ist schon coinflip mal 3. der gibt er jetzt. aufentspannend. crazy time ist zu schnell. pachinko könnte. das ist frech. alter. fachinko könnte. ahhh crazy time. ah wir holen uns die beat the beast freispiele jetzt hier. beat the boss meine ich. einfach in street fighter. beat the beast. beat the beast ja. gib mal jetzt hier cash hand oder so. cash hand. oh ja. 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 gut. nice. da ist der erste bonus. cash hand aufm 7er. ich fühle irgendwie unten links in die ecke. oh. 500x hier ne. oh. ist ein gutes board. die geht raus. die geht raus. ne ne. oh. 100x nur. was ein board. ich würde den links zentieren. links unten in die ecke. ja. wenn da ein hase oder ein kaktus ist irgendwo. ja. hier. kaktus. ja. oh. nicht in dir rüber. über dem cupcake. über dem cupcake. ne. ah. du nimmst. ich sag der. du sagst wieder der obere oder was. ok. ja. ich sag der obere kaktus. mach kein auge. seit wann ist das. dauert das immer so lange. warum ist das so scam geworden. ich hab nicht aufgepasst. warum haben wir plötzlich nur 5 hp eigentlich. was ist da eigentlich schon wieder. wir hatten doch vorsprung. die hatten doch so ein liebes zauber. mein gott. ja. das war es hier bei street fighter schon wieder. oh. läuft. 5 euro. und. oh. ich sehe nix. 100x. 100x. lol. die 100x haben sich gar nicht bewegt oder wie. man. 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 wirklich. es ist so schmutz. hier. wenn. alle sieben spins man nur ein bonus kommt. das ist. das ist teuer. mein 7 x 35 gebe ich ja schon mal 240 euro für aus. um dann mal zwischendurch mal 70 zurück zu gewinnen. weißt, wie ich mein? coin flip mit multi ok coin flip mal drei 50 x 25 blau komm hoch gib wenigstens die 30 kommen 30 x ok 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 wie viel 217 da kann man wieder so 67 spins machen Aber wir wollen Crazy Time haben. Egal, noch einen Bonus, dann habe ich meine Arbeit geschafft. Aber dann wechseln, wir können halt wirklich nicht warten, bis Crazy Time kommt. Das kann sehr teuer werden. Dann gehen wir wieder Blacky. So, Cash dann nochmal. Jaaaaaa, alles klar. Oh, bitte! Jaaaaaa! Jaaaa! 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 Du bist der Beste! Joaaaa! Ich habe gerade auf mein Handy gestarrt. Jaaaaa! Ich sehe nur, dass wir so zwei, drei Felder vor sind und deine Stimme so hoch geht. Jaaaaa! Okay! Oh, komm! Okay, welche Farbe nehmen wir jetzt aber? Äh, gelb! Gelb! Gelb ist... Gelb! Schoss, gelb! Aber blau ist 100x hier halt, ne? Nimm gelb, Bruder! Okay, es war dein Call, wir nehmen dein Gelb. Ich hätte Blau genommen jetzt. Einmal 100x. Ich hätte Blau genommen. Ich hätte Blau genommen. Ja. Okay, komm. Gönn einfach 100x. 100x ist... Ich will einfach nur 100x sein. Einfach Double und dann noch ein Double. Ja, natürlich. Das wäre das Premium-Szenario. Ich will einfach nur 100x haben. Das war's. Ich will einfach 700 Tacken haben. Witze! Gönn! 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 50x! Okay! Besser als Blau! Okay, okay, okay. Nehmen wir mit. Gönn! Ja, blau wäre 50x gewesen. Ja, stimmt schon. Aber grün war auch 50, ja? Ja, klar. Okay, das nehmen wir mit. Ich gehe jetzt hier aber tatsächlich raus. Echt? Ich würde nochmal ... Weil so schnell drei Bonis hintereinander. Da kommt ... Wollen wir mal fünf Autos kommen. Wollen wir mal fünf Autos sind. Da wird so ne ... Das denken halt die meisten. Das denken halt die meisten. Guck mal da, jetzt kamen gerade viele Boni. Jetzt raus hier. Das denken halt die ... Da wird so ne tote Streak kommen jetzt, sage ich. Aber ... Mach fünf Spins und die fünf Spins kommt doch einmal. Komm. Häng grad da mir runter. Einfach beliebt. Ich komm rum und mach ein paar hundert. Alle gucken fünfhundert wenn ich mit ... Ja, ja. Nehmen wir mit. Ja, 40x. Komm, die 10x nehmen keinen Schatz da. Komm. Oh, das ... Ne. Äh, Coinflip. Aber Coinflip. Zu langsam. Ja. Schade. Ja. Komm, rechts machen wir den noch. Ja. Nur vier mehr. Da ist wieder der Russe. Oh ja. Ja, aber jetzt haben wir Vorteil. 14, 13. Ja. Haben wir das? Schwierig. 12, 11. Crazy time lag wieder, Alter. Stark, ja. Komm. Ah, der tut weh. Ey, wenn wir den nicht packen, Alter. Ich raste aus. Fünf HP hat er. Pachinko. Pachinko. Nice, Junge. Meine Call. Und wir haben, wir haben Biete. Wir haben Biete. Oh. Double Treffer. Stark. Sehr, sehr gut. Jo. Ja, okay. Fulk, es ist ja gut. Ey, aber es leckt. Crazy time leckt. Ja, egal. Solange es zahlt. Ja. 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 Ja, die RTP muss halt kicken. Ja, 100x. Kipp die 100. Leider kein Double auf dem Feld, ne? Ach. Ich halte auf Double. Einfach rechte Seite. Links ist sehr illegal. Geil. Komm, komm, hol die 100, Alter. Hol einfach 100. Ich will nur 100 haben. Ja. Gönn die 100x. Ja. 100. Ja. 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 Oh, danke. Bitteschön. Überstarting Balance wieder. Oh mein Gott. Danke. Bitteschön. Perfektes Timing in Crazy Time. Dass man das mal hinkriegt, reinzugehen. Okay, dann lass ich die Spins noch auslaufen, ja. Ja, ja. I doubt it. Wild. Es gibt Punkte. Wild. Pachinko einfach besser wie Crazy Time. Bonus. Ja, Mann. Hm. Lass ihn ja rausgehen. Hier kommt voll die Dead Trick jetzt. Einfach 100x treffen. Ja, der war gut. Guck mal, wir haben hier schon 40x bevor der Bonus startet. Und jetzt brauchen wir eine Verlängerung hier mal, dass der Multi dann hochgeht logischerweise. Ich mach mal Musik an den Street Fighter. Hier. Hier. Fight. Gut, Balrog müssen wir jetzt hier besiegen. Oh oh. Das können Komple werden? Nee, wieder zu... Hä? Jetzt bin ich da zu schnell. Fünf. War auch nicht. Nice. Schöner Hit. Also ich find's halt bei Street Fighter sehr interessant, dass er keine richtigen Spins hat. Ja. Also er ist nicht 10 Spins, dann bist du dauernd, sondern hat oben diese Leben-Animation. Sprich, der kann ja theoretisch einfach die ganze Zeit Non-Premiums geben und so auf Max noch hochgehen, oder? Bestimmt. Aber jetzt kriegt er einen Hit. Aua. Das sieht schon wieder so illegal aus. Das ganze Feld nur seine Köpfe. Und wir haben zwei Features. Ah. Komm, oben. Ja, der war gut. Okay. Na jetzt... Yo. Schwierig. Ah, das war's. Gönn doch ne fucking Längerung, alter. Ah, ist noch alles machbar. Ah. Oben. Nicht die, nicht die, nicht die. Ja, okay. Jetzt muss er wohl... Nichts treffen sowieso. Sehr gut. Denkst die 10 ist... Schade. Ah. Drei AP haben wir noch. Oh, bitte. Bitte hol unsere... Nicht den Typen. Okay, gar nichts. Ich finde, der sieht ein bisschen aus wie Mike Tyson. Ja, das soll er auch sein, tatsächlich. Jawoll. Ja. Drei gegen fünf, komm. Oh, jetzt... Kaputt. Oh, das ist... Das war's, ne? Das war's. Intens. Okay, wir leben immer noch. Ja. Aber gefährlich. Chain jetzt. Ey. Der nächste Kampf entscheidet. Ne, ein HP haben wir noch... Können wir noch aushalten. Oh, jetzt ist entscheidend, welchen er zuerst trifft. Oh. Ja. Ja. Oh, was ein Lucky Punch, Alter. Jawoll. Okay, wir haben Verlängerungen. Ja. Wir haben jetzt schon über 100x und wir sind in der Verlängerung drin. Sehr schön. Und der ist Multi mal 3, oder? Ja. Dann brauchen wir Wiederverlängerung, dann mal 5. Wiederverlängerung, dann mal 10. Spanien. Vega. Ach du Kacke. Gehen jetzt die 10 mal mit einem Multi. Ja, danach würde ich aus Christian brauchen. Ja, würde ich auch sagen. Den müssen wir nochmal besiegen gehen, den Vega. Coinflip. Stop, stop, stop. Tomas. Shit. Ja, das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 sind untereinander, oder was? Ja, ja, ja. Yo, das war jetzt 6 mal 35, da haben wir wieder gut über 200 Euro hier gelassen. Ja, nach den 100x hast du auch trotzdem 500 mitgenommen. Einen mach ich noch, weißt du. Einen, einen letzten geb ich noch. Ach, ja, gut. Na, der klettert den Käfig hoch. Wir haben Vega bisher noch nicht einmal getroffen, ne? Ja, wenn der den Käfig hochklettert, ist doch schwer, den zu treffen. Jo. Pachinko mal 4 wäre ja wild. Okay, aber. Wo Fallschrift? Ne, 1. Digga! Wie viele 1? Ach, Digga. Oder 2. Ja, nach dem Pachinko hätte man ins den rausgehen müssen halt. Da hab ich eigentlich sogar gesagt, eigentlich, komm. Da kannst du jetzt selber entscheiden. Du hast gesagt, mach nochmal 5er Autoplayer an. Ne, nicht nach den 100, das war nach Crazy Time. Einen noch. Nach der 100x Bombe hab ich nicht gesagt, du sollst nochmal was machen. Oh, warte. Wir holen auf hier. Schön da, ey. Aber jetzt hat er nur noch Wege auf dem Feld. Schmutz. Waste den weg mit dem weg. Kein Wild. Ach, Schmutz. Ah, der wird trotzdem vielleicht so 200x zahlen schonmal. Weg. Pachinko, Pachinko, stopp, stopp, stopp. Was? Was war das? Jo. Oh mein Gott. Schmutz. Ich war wieder hoch auf 4,9, ne. Ah, das ist dann so teuer halt. So eine 10er Deadstreak mal 35. Da würde ich eher mal links, vielleicht mal Retro Trames kaufen oder so. Komm nochmal ein paar Pachinko, ja. Jo, das war's. Was ein Treffer. Oh, Crazy Time? Crazy Time, bitte, stopp, bitte, bitte. Stopp, doch, stopp, doch. Die Wichse. Ja, das war's. Aber über 200x. Ja. Ja, fuck. Die hätten mir einen Stamaten können, die 10 Runden. Ja komm, der wirft aber noch zweimal Wilds. Der kann aber aufs Dick was werfen. Jo, ein bisschen was. Feierst du Crazy Coin Flip? Hm, nicht wirklich. Da kann man ja direkt für einen Fuffi sich einkaufen, richtig? Ja. War Monopoly, Monopoly, Big Baller. Das ist doch so wie, ähm... Hä? What the fuck? Take the winnings? Äh, restart, restart. Ja, aber für 160. Ja, aber für 160... Hä? War das so? Nein. Gar keinen Fall. Im Durchschnitt hat das... Aber das ist nur dieses Button. Nee, nee, nee. Du fängst ja nicht von vorne an. Sondern nur für dieses eine Gerade, ne? Du, du, du fängst direkt was du für zwei an. Ja, aber 100, das spricht... Oh, es sind grad... 4, 5... 3 Rolls. Nein, ich nehm den mit. Oh, Pussy. Wie viel sind das? Zack. Rio wieder. Ja, wieder oben auf 4,8. Steigen. ượngstiftbox. Das ist nicht görünнут. Boge. B Kit Koff. alibe. Koreat und bereit. Untertitelung des ZDF, 2020